Leute, SchiebeBlack hier und wir sind bald wieder bei Tonschleid mit immer noch diesen zwei anderen Typen, die wir nicht kennen. Joa. Ja. Ich denke, die bleiben da jetzt einfach in Bruchnahme. Wo bist denn du? Ich bin ein bisschen weitergelaufen. Ich suche hier gerade ein bisschen was. Wie kann ich eigentlich jetzt meinen Begleiter Sachen mit dem in die Stadt, wie du gesagt hast? Du öffnest das Inventar, also mit dem Kotenabdruck da, öffnest dein Inventar und ziehst das Zeug, was du nicht brauchst, ziehst du rüber ins Inventar von deinem Pad und dann drückst du auf diesen grünen Haus-Button und dann geht er in die Stadt zurück, bleibt eine Minute weg und verkauft das Zeug. Den brauch ich nicht, dass das schlechte... Ach, einfach mal alles mitgeben, was ich habe. Ich habe übrigens noch so eine braune Mütze, die du vielleicht... Gefühl, dass die... dass der eine hier, dieser German-Unity, die Schauberstab durchgerascht ist und umgebracht hat. Ich habe, ähm, Eissstab. Eisszauberstab. Äh, einhändig. Ähm, so sehe ich das. Da, wo nicht zweihändig dran steht. Ja. Okay, dann tauschen wir mal kurz. Ja, warte kurz, ich muss dem gerade noch was mitgeben. So, ich habe eine bessere Robe. Okay, einer von den beiden verlässt uns. Okay, ist mir egal. Also, ja, handel mal. Okay, äh... Ja. Dann akzeptieren. Auf den Haken drücken. Habe ich schon längst. Ach so, hups. Da müsste so ein Haken sein, äh... Habe ich schon, du musst noch akzeptieren. Äh, ach so, äh, nee, ich wollte mit dir handeln. Wenn du gleichzeitig mit mir handelst, dann geht's vermutlich nicht. Green Creeper schlägt einen Handel vor. Akzeptieren. Dann ist es verdammt den Haken. Habe ich. Jetzt musst du noch akzeptieren. Geht nicht, ich kann nicht akzeptieren. Doch, kannst du. Hast du doch. Oder? Nee. Mal, dann schlag ich dir, schlägt einen Handel vor. Ja. Hast du auch einen grünen Haken. Oder? Nikolas? Ja, okay, dann versuch mal mit mir zu handeln. Okay. Green Creeper handeln. Warte, das Handelsgeschäft akzeptiert. Nee, bei mir steht nix. Warten, das... Wir über die Handelskampf akzeptieren. Ich soll nochmal versuchen, handeln, jetzt. Nö. Komisch. Müsste aber bei dir stehen. Okay, ich hab nicht einfach... Warte, warte, ich hab ne Idee. Oh, da fällt mir ein, ich hab mir gar nicht die Belohnung von der... Hier, warte ich, wer es auf den Boden. Das geht nicht, das seh ich da nicht. Doch. Das ist so nicht den Eiszauberstab und so, die neben dir liegt. Nee, den sieht man nicht, der andere. Der andere sieht das nicht. Aber, wir wollen jetzt weitergehen. Versuch noch einmal mit dir zu handeln. Ich schaue mich schon mal um. Ich muss kurz meine Belohnung von der letzten Quest abholen, hab ich nämlich vergessen. Ich auch. Wo muss ich da hin? Zurück zu der Frau da, die dir die Quest gegeben hat. Äh, wofür muss ich da hin? Muss ich zu diesen, wo die Sternchen sind, oder? Da, wo du hergekommen bist. Ah, ich muss also da hin, wo die Sternchen sind, immer. Nein, die Sterne, das sind die Quests, die du jetzt gerade aktiv hast. Du musst hier, da, wo wir hergekommen sind. Hier, da, genau. Wo bist denn du überhaupt? Wie der zurückgegangen, da, wo wir hergekommen sind. Wo sind wir denn hergekommen? Diese leuchtende, blaue Barriere. Ja, ja, bin ich gerade reingegangen. Gefunden. Ja, sorry Leute, wenn ich heute mal umfurcht bin. Ach, da oben links bist du. Hm? Ach so, ey, wir müssen da nochmal runter in die Gruppe. Wir müssen den Endboss töten und dann ein Item mitnehmen und es der geben. Ach so. Was für ein Item? Äh, irgendeine Schriftrolle. Habe ich die nicht? Nee, ich glaube nicht, dass du die hast. Äh, komm, wir haben ja jetzt hier schon alles umgebracht. Äh, okay, äh, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Oh, schicke mein Hund. Bekleide kommt in die Stadt zurück in 4039 und sowas. Okay, wo bist du? Wo bist du langlaufen? In der, in der Ruine und ich, äh. Ach genau. Da ist auch noch ein grüner Punkt auf der Karte. Ach, da bist du. What the fuck? Oh mein Gott, ich habe eben auch hier Gold bekommen. Da liegt es auch hier. Wo sehe ich denn mein Gold? Äh, in der Hände. Ah, da, ich habe es schon gefunden. Schon okay. Bei mir wird gerade irgendwie aus jedem Monster, das ich töte, zwei neue. Ja, keine Ahnung, was da gemacht hast. Oh mein Gott, hier geht die Hölle. Ja, abgeblockt, von wegen, zerschmettert. Oh, schicke 6. Wir haben eine Karte. Das sind wirkliche Wende schon durch. Das ist eigentlich auch hier, weil wir nämlich schon. Ja, ich schätze mal, dass wir das einfach selbst machen müssen und wir rechnen, ob wir noch auf einen Hammer. Also ich habe so das Gefühl, ich weiß, was das soll. Das sind einfach Leute, die haben ein höheres Level und wollen einfach einen niedrigstufigen Server leveln. Was macht Fokus? Erhöht Mana. Heißegal. So, ich habe alles auf Stärke geskillt. Ach, da oben bist du. Auf den Anstieg. Ach, bis jetzt auch Stufe 6. Ich bin, ja, Stufe 6. Gut, ich auch. Ich schaue mir mal hier alles auf, ne, ist klar. Ja. Charge Mastery. Wie viel Gold habe ich einen? 1257. Ist das viel oder ist das viel? Ja, äh, gehen einfach mal weiter und machen den Rest von der Quest hier. Ist, äh, 1000. Warten wir kurz. Äh, muss man was nachgucken. Gleich wieder da. Immer noch. Ja. Ich frage mich gerade, ob das irgendwie Auswirkungen darauf hat, wenn wir, äh, versuchen mit Quest abzuschließen und jemand anders den Endpost würde, ob wir einfach nicht, äh, Dingens, ob wir einfach kein, äh, kein Zeug kriegen, das wir für die Quest brauchen. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, das muss ich rausschneiden gerade. Also, das ist neu, dass die Nette durch Wende gehen können. Moment, warte ich machen, ich mache nochmal einen Moment. Also, 5, 4, 5, 2, 2. So, sorry Leute für den kleinen Cut, aber es gab gerade Probleme. Wo bist du jetzt eigentlich wirklich? Müsst du hin? Ich bin schon wieder beim Endgegner hier unten und suche nach der Schriftrolle. Die müsste ja hier rumliegen. Ich muss zu dem Tor gehen, ne? Oder? Ja. Ich sehe nämlich deinen Punkt nicht. Oh, hier sind noch Gegner. Und Schussgegner. Mir gefällt heute, dass ich jetzt. Ah ja, da ist sie. Arno Direk. Ja, die bräuchte ich dann auch, oder? Eigentlich. Ja, bei dem sind die auch rumliegen. Okay, warte, ich komme. Dann kann man irgendwie rennen. Äh, nee. Okay. Oh, da ist der gefallene Wächter. Nochmal. Ja, weil da eine... Oh, ich habe nur herumgeschafft, freigeschaltet, weil ich beim Tor zugesehen habe. Oh mein Gott. Ich habe noch ein bisschen Zeug für dich. So, soll die Schriftrolle sein? Oh, genau. Wie gesagt, ich habe noch Zeug für dich. Bleib mal kurz stehen. Nikolas, wo soll die Schriftrolle sein? Komm mal mit. Hier oben. Nein. Hier, wo ich stehe. Komm mal mit. Ja, ich komme. Hier runter. Da, äh, nee, das ist. Hier so ein lilanes Leuch. Ah, genau, habe ich. Ja, okay. Und jetzt bleibt mal kurz stehen. Ich würde dir gerne noch was geben. Ich habe nämlich noch Zeug, was du gebrauchen kannst. Ich habe ein Eisgenugsteinkorn. Ja, ein Eisgenugsteinkorn. Schau mal, was ich dir hingelegt habe. Das kannst du gebrauchen. Äh, was für ein Hammer ist das? Ich weiß nicht, ob ich das gebrauchen kann. Äh, wie viel macht denn dein Hammer gerade Schaden? Ich habe kein Hammer. Ich habe keinen Schaden. Äh, 42 bis 84. Äh, nee, oben. Ganz oben direkt unter... Ach, 53 Schaden pro Sekunde. Was? Der macht mehr Schaden, ne? Ja, den nehme ich. Gut, die Peer. Den musst du dir rausnehmen. Ähm. Äh, was, hast du noch irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Nee, ich muss einfach nur auf OK klicken. Du musst auch auf Handel bestätigen. Ah, aber hast du nicht noch diesen Eisstab? Ja, ja, habe ich. Ich habe, ich habe, äh, Eisstab, genau. Eisstab und Eisstabfähig. Einmal 41 und nochmal 41 Schaden pro Sekunde. Okay, äh, ich mache. Einer mit zu Seelendingern und einer ohne. Bringt dir der da was? Moment, ich guck mal. Ja, der mit den, äh, Slots ist gut. Und der da, nee, den Zweihändigen kann ich nicht gebrauchen. Okay, Handel bestätigen. Ich habe Beschlag kriegen. Drück auf den Haken. Handel bestätigen. Äh, ja. Danke. Moment, ich muss mich hier erstmal ausrüsten. Gut. Dann können wir ja jetzt weiter. Nee, ich nehme doch nicht die Schlage kriegen. Aber was hatte ich denn vorher gehabt? Ich hatte mein Schwert gehabt, ne? Das ist aber das schwer. Ich muss ja gerade mal gucken, was besser ist. Der hat 74. Der ist schon mal gut. 37, braunig, 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 braunig. Der ist besser. Wo kommt der hin? Daher? Daher, okay. Und die nicht identifizierte Schulter, na klar. Kommst du jetzt? Moment. Was macht der Eisglut steinkrohren? Das steht da dabei. Das gibt vermutlich, wenn du in der Rüstung hast, gibt es Eisarmor. Okay, gut. Ich komme. Okay. Was ich noch machen muss, ist, beschützt die Wächter und die Rüstungskammer der Kriegsbestien. Ja, also, das beschützt den Wächter, das ist die Hauptquest und die Rüstungskammer der Kriegsbestien, das ist die Nebenquest. Also machen wir jetzt erstmal die Hauptquest? Ne, die Nebenquest erst. Okay, also unten die, ne? Ja, die grüne. Ja, wir müssen hier noch die grüne. Ah, ich muss die erstmal hier erledigen, ja genau. Was nehme ich denn hier? Vor der Stufe 12. große Dingens. Dann geht's auch noch weiter. Das haben wir, habe ich gar nicht gesehen, dass es hier noch weitergeht. Komm mal her, hier ist noch näher. Ähm, wo den Rieb, den Grube voll ersternt. Wo bist du hin? Hier, äh, direkt neben der Höhle. Ja, ja, nur weit war ich doch nicht. Ich hab die Karte so weit noch nicht erkundet, deswegen. Komm mal zurück. Hier ist irgendwas so mit. Oh mein Gott, ich hab ganz viel Gold gefunden. Wo bist du? Oben. Wo? Genau. Hier ist, hier hat einer noch eine Quest. Siehst doch die Punkte auf der Karte, ich bin der Gelbe. Nee, äh, du bist nicht an, ach so doch, okay, ja, dann bist du da hingegangen, wo ich bin. Äh. Äh. Wo muss ich hin? Okay, äh. Was will ich denn davon haben? Äh, mal kurz zurück. Was will ich denn davon haben? Nämlich die mit. Ja, danke schön. Ja, ich komm mit. Butter. Und was bringt mir eigentlich Ruhm? Was zu Ruhm? Ja, Ruhm. Oh mein Gott, mein Inventar ist bald voll. Wenn du davon genug kriegst, dann, äh, krieg ich die Punkte. Was krieg ich? Bonus-Gelpunkte. Ah, okay. Das ist glitchy. Was kill's? Ah, bem.